Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu Let's Play Metroid ABBA M. Ich bin natürlich immer noch in Sektor 1, aber ich habe jetzt einen neuen Weg öffnen können und ich verfüge jetzt auch schon über den Diffusion Beam. Das heißt, wenn ich meinen Charge Beam auflade, würde sich auf Teil und mehrere Feinde gleichzeitig attackieren. Was relativ praktisch ist, wenn ich es mit vielen Gegnern auf einmal zu tun habe. Und laut Karte muss ich jetzt wieder dorthin zurück. Also eigentlich ja da links oben, wo dieses eine Navigations-Terminal ist, weil da war ja eine Tür noch verschlossen, die habe ich aber jetzt öffnen können. Das heißt, der Weg zurück wird halt jetzt noch ein wenig dauern. Sooo, das ist gar nicht wie. Oh mein Gott! Was ist denn das jetzt? Hilfe! Wow! Was zum? Was ist das denn für ein Vieh? Gott hat man denn hier nie seine Ruhe! Zack! Zack! Alter, gegen so ein riesiger, äh, riesiger Alien-Wurm. Keine Ahnung, was das ist. Alter, fuck! Ich hoffe, ich treffe das überhaupt. Rämms! Daneben! Äh! Verdammt! Sooo... Ist das eigentlich ja nicht. Ha! Und... Bämms! Sehr gut! Ist das überhaupt so ein Doppelfieh? Zack! Bämms! Alter! So! Lettl-Strike! Und FRIES! Und tot! Gut! So! Da oben ist das zweite! Das waren eigentlich zwei! Ganz schön krass! Oh! Bämms! Und... Bämms! Bämm! So! Na warte! Und Bämms! Und... Tot! Puh! Ah! So, jetzt müsste ich ja wieder hier zurückkommen. Puh! Ganz schön erschreckend, aber... Ich hab's geschafft. So! Jetzt muss ich doch irgendwie... Ah! Ja! Jetzt komm ich wieder... ... mit meinem Morph-Ball hier zurück. Schwups! Yeah! Hyperspeed! Oh! Oh mein Gott! Warum ausgerechnet bei diesem Vieh? Das kenn ich doch auch schon! Zack! Und tot! So! Sehr gut! Ähm... Ah ja, die Karte, die zackt nach... Hä? Achso, ja! Ja, schon nach dort, aber eigentlich muss ich erst mal hier so hoch und dann von da drüben so... Schwups! Hm, okay! Hier bin ich jetzt also rausgekommen, okay! Moment mal! Ich muss doch irgendwie da hoch... Hier hin? Nee, nee! Nicht hier! Nicht hier! Wo war denn das nochmal? Hinter dem Wasserfall? Hier geht's doch weiter! Genau, hier ist doch diese Höhle da! So! Ich muss mich einfach noch wieder, wieder zurechtfinden! So! Bitte jetzt nicht noch mehr Monster! Das war jetzt ganz schön übel! Das war ja wieder mal so eine Art Zwischenboss, kann man sagen! So! So, jetzt wollen die Viecher hier wieder aufs Maul! Und... Diffusion Beam! Zack! Und... Bämst! Und stirb! Und du natürlich auch! Und Missiles aufgefüllt! Und tot! Es ist ja so übel, dass diese ganzen Gegner keine Energiekapseln fallen lassen! Also, das ist wie gesagt ganz anders als in der Prime-Trilogie! Man kriegt von besiegten Gegnern keine Energie! Das macht das Spiel ja noch schwieriger! So! Aber so alles! Hier ist jetzt wenigstens eben wieder genau das, was ich gesucht hab! Das würde ich auch sagen! So, also! Jetzt bin ich genau wieder hier, wo ich losgegangen bin! Und zwar war diese Tür vor mir eben noch verschlossen! Und hier drüben habe ich ja die Tür quasi aufgesprengt! Und bin halt einen Umweg gegangen! Und habe dann eben an einem anderen Kontroll-Terminal diese Tür jetzt entriegelt! Das heißt, hier geht es jetzt weiter! So! Ah ja, jetzt sieht es wieder ein bisschen... Aua! Ihr Mistviecher! Jetzt sieht es wieder ein bisschen dschungelmäßiger aus! Bams! Boah, wie ich das hasse! Hörst du auf! Und Bams! So! Pipts ja nicht hier! Äh, Moment mal! Hier ist irgendwas! Da oben! Oh, Moment! Hier drüben? Ah! Supermissile! Boah, wie fies! Na super, da ist gerade ein Item hinter einer Abdeckung, die ich nur mit Supermissiles zerstören kann. Die habe ich aber noch nicht! War kartenmäßig! Hä? Was soll das denn? Ich meine, ich muss hier hin, aber... Das verstehe ich jetzt nicht! Hier komme ich gar nicht weiter! Soll das jetzt ein Scherz sein? Wozu habe ich dann die Tür entriegelt? Nur um hier nicht weiterzukommen, das wäre doch Quatsch! Hier muss doch jetzt irgendwo was sein! Vielleicht, dass ich das alles als Morphball irgendwo langrollen kann? Hier drüben? Hier, das sieht so komisch aus! Hier! Noch nicht? Ne, Moment mal! Da oben ist doch was! Na, hier! Näher dich dem Thermal, um es zu bedienen! Ja, ja, schon klar, aber... Wie? Wie mache ich das? Wie komme ich da jetzt hoch? Ich muss doch irgendwo einen Weg hochführen! Ich sehe das hier überhaupt nicht! Wieder mal derbe beschissen, diese Übersicht hier! Also, es ist erstens relativ dunkel in dem Raum und dann... Mann, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Kurz gucken... Ja, 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 schon klar! Ja, aber... Ja, aber... Hier... Hier kann man doch rein! Ah, na eben! Morphball, wusste ich's doch! Times! So, na also! Und jetzt... Knöpfchen drücken! Haha! So schaut's aus im Puppenhaus, jetzt geht's weiter! So, Moment mal! Was ist denn hier jetzt los? Hm, komisch! So, hier geht's schon mal nicht weiter! Vor allem, ich hab das jetzt angeschalten, statt ausgemacht! Was hat denn das jetzt überhaupt bewirkt? Ist hier drum jetzt noch irgendwas? Hier, das sieht so... seltsam aus, das Ganze! Also, na ja, jetzt wieder zurückgehen, wäre auch Schwachsinn, oder? Aber was bringt das hier? Ich check das grad gar nicht! Warum musste ich das hier jetzt anschalten? Ich komme ja hier trotzdem nicht weiter! Hier ist überhaupt nichts mehr! Hier komme ich nicht weiter! Hier ist doch... Da geh ich eben wieder zurück! Vielleicht wirkt sich das noch auf andere Räume aus, ich weiß das nicht mehr! Ich das hasse! Es kommt davon, wenn wir das Spiel nur ein einziges Mal durchgespielt haben, das schon relativ lange her ist! Ich meine, ich muss aber irgendwie da hinkommen! Wenn ich jetzt hier den ganzen Weg wieder zurücklatsche, da komme ich doch auch nicht weiter! Was soll das? Von hier nach da, das geht alles nicht! Nee! Ja, was zum... Achso, das sind schon wieder diese Viecher da! Mann, jetzt hört doch mal auf hier, so dumm zu sein! Hier komme ich sowieso nicht mehr hin! Nee, es muss in dem Raum hier weitergehen! Los, mach die Tür auf! So, jetzt sind die ganzen Viecher wieder da! Zack! BAMS! Warum komme ich hier nicht weiter? Was soll dieser Quatsch? Wozu musste ich das jetzt anschalten? Das ist doch unlogisch! Das bringt überhaupt nichts! Hier! Mach das wieder aus! So! Es würde da drüben irgendwie, es würde das da drüben noch woanders weitergehen, aber tu das eigentlich nicht! Wenn ich mir das jetzt nochmal angucke! Warum brauche ich da ein Super Missile? Was soll das? Dumm! Sehr sogar! Was soll der Quatsch? Warum komme ich hier jetzt überhaupt nicht weiter? Wozu musste ich das machen? Was bringt mir das? Das hat mir überhaupt nichts gebracht! Ja, hier oben! Ja, hier oben! Geht nicht! Super Missile! Kann ich noch nicht verwenden! Das ist natürlich jetzt richtig dämlich! Kostet unnötig Zeit! Weil hier drüben kommt man nicht woanders noch lang! Also hier geht's nirgendwo weiter! Hier drüben! Das sieht nämlich von der Karte aus, als könnte ich hier noch, aber das ist doch eigentlich nur... Ehe, der eine Schacht hier! Hier ist sonst nichts! Also irgendein, sie muss es ja haben! Ich mach das jetzt wieder an! So! Wie gesagt, wenn ich mich jetzt wieder umgucke, kann ich überhaupt nichts mehr sehen! Ja! Äh, mir wird schwindlig! Hilfe! Dumm, di dumm, di dumm, dumm, dumm! So dumm, so dumm, warum, warum, warum? Was soll der Schwa? Was soll dieser Quatsch? Geh ich ihm wieder hier lang? Komme ich da bald nochmal hin? Moment mal, wenn ich jetzt hier rundherum gehe... Ja, ich mach das einfach mal, ich geh jetzt wieder hier lang! Ich will doch schnurz! Klingt eh schon wieder sehr gefährlich! Eben diese... Diese Baumviecher da! Hier, diese Viecher! Bringt mir denn überhaupt nichts! Die machen das jetzt auch nicht irgendwie kaputt oder so... Nee! Ach, unlogisch bis zum geht nicht mehr! Hier drüben bei den Toiletten habe ich meinen ersten Schnelllader gefunden! Und hier... Ah! Blöde Puffer! So! Blödes Giftgas, ey! Unglaublich! So, und hier ist doch sonst auch nichts! Kartenmäßig! Sieht aber so komisch aus hier! Ist hier sonst nichts mehr? Wieder oben oder so? Das sieht auch wieder so verdächtig aus! Mächtig verdächtig! Und hier ist doch dieser Aufzugsschacht abgestürzt, ne? Das sieht auch so... Hier ist irgendwas! Ne? Hier, kartenmäßig! Es ist genau direkt vor mir, aber was... Was soll hier sein? Hier ist nichts! Was ist... Hier sollte aber irgendwas sein! Einfach nur dämlich! Manchmal check ich dieses Spiel einfach nicht, was es von mir will! Wo ich als nächstes jetzt hin soll! Ich meine, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich da drüben diese eine Maschine angeschalten habe? Das ist doch zum... Fahreraufen! Aua! Hey! Scheiß Vieh, was war das denn? Stirb! Arschgedüdel! Was soll denn das? Geht's dir noch gut? So, Moment mal! Dieser Boden hier! Bodenplatte! Sieht so verdächtig aus! Gibt das sowas? Ne! Ich hätte gedacht, sonst falle ich da irgendwie rund und komme woanders raus, aber... Pustekuchen! So, hier ist so und so... Ja, hier, ne? Super Missile brauche ich hier wieder, ne? Ne? Super Missile! Normale Missile prallt ab! Ganz schön dämlich! Was soll das? Hier drüben von da komme ich doch eigentlich, also was sollte das? Ich gehe jetzt hier einfach nochmal den ganzen Weg lang... So, wow, jetzt werde ich hier wieder zurückgeschleudt, wenn ich das mache. Okay, okay, ist schon klar. Na, raus hier! So, hier wieder... Block! Endblock! Ah, was sollen diese ganzen Blöcke hier? Geh weg! So, hier auch wieder. Bämms! Nächster Fall drunter. Bämms! Und weg! So. Vor allem, wie komme ich zu diesen komischen Baumviechern, die da so rumgelatscht sind? Da muss es doch auch irgendeine Lösung geben, wie das funktioniert. So, hier war ich doch schon mal. Das sieht aus wie so eine... Ah, Mülldeponie! Eih, du stinkst! Hau ab! Du auch! So, tot! Unglaublich! Ich bin echt gerade... Moment mal! Hey! Missile Container! Will haben! Will haben! Ich will den haben! Warum kriege ich den nicht? Hä? Warum kriege ich den nicht? Wo muss ich denn da wieder... hinrollen? Hä? Komm ich doch auch nicht irgendwie so... Da muss ich von woanders kommen. Äh, sehr schlau. Wirklich. So, Moment mal. Hier drin? Irgendwie so... Sieht hier so komisch aus, dieser Erdwaufen. Aber ist sonst nichts. Hier? Nö. Hier? Auch nicht. Ganz toll. Ach, hier sind wieder diese blöden Pflanzen. Pflanzen. Aus! Pfi! Ich hasse das! Geht doch einfach scheißen. Oh, Mann. Die kotzen mich hier so an, diese Pflanzenviecher. Was mich noch mehr ankotzt, ist, dass ich jetzt einfach nicht weiß, wo ich hin muss. Was hat mir das gebracht, dass ich hier... So, jetzt lasse ich mich hier wieder hochschießen. Gehe ich einfach den... Da! Jetzt ist hier schon wieder so ein Vieh! Hm! Du blödes... Scheißvieh! Nein! So, stirb gefälligst. Oh! Unglaublich! So, gehe ich ihm hier lang? Weil hier... Komme ich doch eigentlich auch nicht weiter. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich sterben werde. Na, garantiert. So. Ich werde garantiert abkacken, abkratzen. Wenn ich hier durchge... Hier kam ich doch auch nicht weiter, oder? Hier. Wenn ich jetzt hier hoch... Jetzt gehe ich wieder hier rein. Weil hier drüben... Hier ist doch auch wieder diese Scheißtür. Ne? Super Missile. Ich meine... Was zur Hölle soll das? Ich will da hin! Aber ich komme da nicht hin! Versteht ihr? Wenn hier keine Verbindungsmöglichkeit ist, kann ich nur von hier drüben über diesen großen Rundenraum da rauf. Aber da komme ich nicht mehr zurück. Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Also hier bin ich schon mal total falsch. Das kann nicht richtig sein. Kommen jetzt hier wieder diese monströsen Viecher aus der Erde? Ne, die habe ich eigentlich hingebracht. Die müssen wirklich weg sein. So, die Fusion-Bean. Geht, Alter, mal sterben. Eins. Zack. Und tot. So. Hier ist es doch zu steil, dass ich hier wieder hochkomme, ne? Hier. Uppö. Neuun. Neuun. Verdammt. Hier kann ich nicht mehr hoch. Speed-Booster. Das soll doch ein Scherz sein. Den kriege ich jetzt sehr viel später zur Verfügung gestellt, ey. Also, der Weg fällt flach, ja? Ist irgendwie logisch. Dann da drüben bringt mir eigentlich auch nicht viel, oder? Wenn ich da wieder lang gehe. Ja, aber ich kann nicht anders. Ich kann von dort. Das ist doch zum Kacken. Naja, also manchmal finde ich das Spiel einfach nur bescheuert. Ich meine, was will es von mir? Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Das ist ja fast schon wie ein Blind Run, aber das stimmt ja nicht. Aber mir kommt es beinahe so vor. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Was hat mir das gebracht, dass ich in diesem einen Raum diese komische Maschine angemacht habe, ne? Also, das hat mir überhaupt nichts gebracht. Mann, mach doch die scheiß Tür auf. Jetzt ist die S4 schon wieder da. Mann, jetzt geh doch mal sterben, du Missgeburt. Darf das wahr sein? So ein... Boah, nee. Ich sage überhaupt nichts mehr dazu. Ich meine... What the hell? What's sorting denn that? Es ist nicht witzig, wenn man hier nicht weiterkommt. Überhaupt nicht. Eieieieiei. Mann! Wo muss ich hin? Ich meine, ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Was ist das da hinten? Achso, nähere dich am Terminal, du wirst du bedienen. Ja, schön, das habe ich doch schon längst getan. So, hier ist sonst nichts. Hier ist noch Wasser, Wasser, Wasser. Das Terminal. Das muss aber so bleiben, weil ich sonst, glaube ich, hier nichts anderes machen kann. Komm, Kickclimb. So. Also, der hier drum ist sonst auch nichts. Hier sind nur die ganzen Viecher. Und diese Viecher. Na komm, ich reine jetzt hier einfach vorbei. Die können mich mal. Könnt mich mal nachschlecken. Ja. So, Hilfe. So. Also, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, dann sprechen wir einfach nochmal. So, Freunde, ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt anstellen soll, dass ich weiterkomme. Deswegen werde ich wohl den Part beenden. Ich muss mir irgendwie was überlegen, wie ich da jetzt weitermachen kann. Ich meine, das kann es ja nicht sein. Hier bin ja einmal, habe ich das Spiel schon mal durchspielen können, aber ich habe es einfach vergessen, was ich als nächstes machen muss. Kartenmäßig, wie gesagt, muss ich hier zu diesen, gottverdammten, anderen Navigations-Terminal. Aber hier ist Endstation. Also, in dem Raum muss noch irgendwas anderes sein. Außer dieser blöden Abdeckung, die ich nur mit einer Super-Missile kaputt machen kann, die ich ja noch nicht einsetzen kann. Und von da bringt mir das auch nichts, wenn ich da weitergehe. Also, das Spiel fängt alleine jetzt schon an, mich ein wenig zu frusten, weil es einfach unübersichtlich ist. Was ich ziemlich ärgerlich finde, aber es wird schon werden. Also im nächsten Part werde ich hoffentlich wissen, was zu tun ist. Und wir sehen uns dann wieder. Also macht's gut und wieder einmal danke fürs Zusehen. Tschüss!